Der Böllmeister ist ein Freund, man sieht, der glaube jeder, der auch gleichzeitig unser begübster Böllmeister ist, ein Hoffmann, Stefan, Tommerich. Der Böllmeister ist mitgekommen, der Bürgermeister Christian Wotter und Lars Rutsing. Grüß dich, Bürgermeister. Der besondere Ehre in der Ausgleich, natürlich, ist, wenn die Bürgermeister in der NKB mitkommen. Grüß dich, Bürgermeister, die wir heute schon ganz genau anschauen. Ich sage ja, weil nächstes Jahr ist der ein Stauberbauer, das ist ein Stauberbauer, das ist ein Stauberbauer. 2017 ist ein Stauberbauer. Die Lehrzeit-Landesausstellung ist allen bekannt. Sehr interessant, über den Böllmuth von Welt zu schauen. Ich bezeichne letztes Jahr im Stauberbauer, das ist ein Stauberbauer, das ist ein Stauberbauer. Bei hoffentlich schöneren Böll, der kann ich ja vorher schlecht sehen, der kann nicht immer schöner werden. Die Lehrzeit-Landesausstellung ist ein Stauberbauer, das 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 ist ein Stauberbauer. Applaus Musik 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 Musik